Hallo euch, ich bin es der Melchik Nikolaus, euer Barustamacher aus dem Chiemgau. Ich habe heute etwas auf dem Herzen. Ich möchte mich heute ganz gern von Herzen sehr bei euch bedanken. Und zwar, ich zeige es einfach gleich mal her, wir sind das zweite Mal in Folge wieder zur besten Rösterei im Chiemgau gewählt worden. Das ist total geil, richtig toll. Das freut uns als gesamtes Team und diesen ganz ganz lieben herzlichen Dank an euch natürlich. Für jeden, der abgestimmt hat, für jeden, der neugierig auf uns geworden ist und für jeden, der vielleicht nur neugierig auf uns wird. Ganz herzliches Dankeschön. Es zeigt uns aber auch, dass wir grundsätzlich mit unserer Einstellung, mit unserem Projekt Kaffeemanikola, die Barustamacher auf dem richtigen Weg sind. Nicht nur da drüben in der Reparatur mit unserer Nachhaltigkeit, sondern auch da drüben in der Barustaschule und vor allen Dingen in unserer Kaffeerösterei. Wir haben versucht, einen Nachhaltigkeitskreislauf zu bauen. Das ist so mein ganzes Herzblut. Jeder hat so ein bisschen der Spinnerei und das ist meine. Ich habe versucht, dass ich wirklich bei den Kaffeebauern das direkt kaufe, über Kooperativen, möglichst nachvollziehbar und da schauen wir, dass wir wirklich ganz vorne am Anfang schon anfangen bei der Ketten, bis ganz hintritt zur Maschine, bis hin zur Reparatur. Ganz herzlichen Dank. Richtig toll. Das zeigt, wir sind auf der richtigen Spur und so wollen wir ganz gerne weitermachen. Seid so nicht, bitteschön, unterstützt uns weiterhin, ein bisschen. Sei es über einen Kaffeekauf, kommt vorbei bei unserem Plan. Ich bin für jeden offen, der für Kaffee natürlich auch offen ist. Das ist ganz klar. Ganz einfach aus dem Grund, wir haben nächstes Jahr noch weitere Projekte anstehen. Herzensprojekte, die ich ganz gerne machen würde. Und das sind einfach so Projekte, wo ich sage, wo ich jetzt zum Beispiel Mikrofarmer habe, habe ich dann Nanopharma. Das sind noch kleinere Projekte, noch einmal diffiziler, noch einmal kleiner, sensibler natürlich auch ein bisschen und die würde ich ganz gerne verwirklichen. Das kann ich machen, indem ihr uns unterstützt und ihr seid echt total klasse. Also ganz fettes Lob an euch. Richtig toll. Weil wir uns bedanken wollen und das einfach wirklich toll ist und ihr natürlich uns dazu verholfen habt, wollen wir euch ganz gerne ein bisschen was zurückgeben. Deswegen haben wir für unseren Online-Job den Code Beste Rösterei. Seid zum Typ, kauft bei uns im Online-Job ein, gebt den Code Beste Rösterei ein und bis Weihnachten habt ihr für jetzt Kaffeebackerl 10%. Und das ist doch schön, ganz klein Weihnachtsschen und von uns einfach ein ganz Dankeschön an euch. Deswegen habt ihr in den Online-Job den Code Beste Rösterei 10% auch für jetzt Kaffeebackerl. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und kann mich einfach nur noch mal bedanken. Total toll. Herzlichen Dank. Servus.